Heute geht es weiter mit dem Millennium Falcon und der Docking Bay 327 und wir schauen uns mal den Inhalt dieses Päckchens an. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid in einem kleinen beschaulichen Standestudio, der für große Dinger entstehen und überhaupt kein Platz mehr ist. Heute geht es weiter, der siebte Teil zur Docking Bay und dem Millennium Falcon, denn ihr habt gemerkt, ich höre nicht auf dran zu bauen. Der Mock an sich ist fertig, der Millennium Falcon war auch fertig, aber jedes Mal gibt es wieder was Neues und zwar sind wir momentan an der Beleuchtung der Docking Bay und dem Millennium Falcon dran. Das Video, wo es damit startet und dem Umbau zum Millennium Falcon, verlinke ich jetzt nochmal hier und für alle, die weiterhin Interesse an meinem Kanal haben, natürlich könnt ihr gerne meinen Kanal einmal abonnieren. Zack, da unten blende ich es einmal ein, dass ihr es auch nicht vergesst, auf den Abo-Button zu drücken. Und nun schauen wir mal rein, was denn dieses Paket ja mit der Docking Bay zu tun hat. Ich denke mal, ihr könnt es euch denken. Ich denke mal, ihr könnt es euch denken. Wir haben hier nämlich was drin und zwar It's Time to Light Up. Genau, It's Time to Light Up ist die Firma Illuminate Your Bricks, also Light My Bricks. Vielen Dank, vielen Dank, dass Sie ein Produkt aus unserem Sortiment gewählt haben. Ja, bitteschön, aber haben tue ich da auch nichts von, außer weniger Geld im Portemonnaie. Denn ich muss auch sagen, dieses System ist preismäßig nicht gerade günstig. Da habe ich meine Bricks Max in China damals sehr, sehr viel billiger gegen einkaufen können. Ja, die Quelle ist nun mal versiegt. Jetzt probiere ich es mal weiter, denn ja, auch für alle, die meine damalige Quelle mit genutzt haben, haben jetzt da dasselbe Problem. Und ja, jetzt haben wir natürlich die Wahl. Man kann weiter Bricks Max kaufen, was ja nicht Problem ist, denn ja, Bricks Max ist ein cooles System. Allerdings habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht wirklich einen Shop gefunden, wo ich frei meine Komponenten wählen kann. Also, was für Lampen ich gerne hätte, welche Platine und so weiter und so fort. Und diese Firma habe ich ausfindig gemacht. Wie gesagt, sie war nicht billig oder ist nicht billig, aber die haben coole Sachen damit bei. Und das Ganze kann man auch noch hier mit kombinieren. Das ist dasselbe System. Das heißt, alles, was wir jetzt mit Bricks Max gemacht haben, können wir auch hiervon noch Sachen bestellen und die dort mit kombinieren. Ja, das ist so, wird es dann halt geliefert. Man hat hier halt dann nochmal diese Anleitung, wie man das miteinander verbindet. Also, kinderleichtes System, wenn es ein bisschen größer wäre. Es ist halt sehr fummelig. Also, kinderleicht zwar zum Verarbeiten, aber es ist sehr fummelig. Und dann haben wir hier, ja, ihr seht es, ein Haufen Tüten. Sie sehen im Endeffekt den Bricks Max Tüten ähnlich. Das System ist, wie gesagt, dasselbe. Die Kabelfarben sind hier ein bisschen anders. Bei Bricks Max haben wir schwarz-weiß oder schwarz-schwarz. Und hier haben wir braun-schwarz und schwarz-schwarz, glaube ich. Naja, und mehr oder weniger. Wie gesagt, dasselbe System. Schwarze Stecker, da sind es weiße Stecker bei Bricks Max. Aber es ist kombinierbar. Und darum geht es jetzt nämlich erst einmal. Denn ich hole euch jetzt hier wieder an den Tisch. Dann zeige ich euch einmal, wie man das Ganze miteinander verbindet und kombiniert. Und was es so ungefähr noch für Möglichkeiten gibt, was ich hier von jetzt im Moment auch auf dem Tisch habe. Ein paar davon zeige ich euch jetzt gleich mal. Und dann geht es rüber an den Mock. Und wir gucken mal, wie das dann mit der Beleuchtung da aussieht und wie weit ich komme. Und hoffentlich, drückt mir mal die Daumen, habe ich jetzt endlich alles, um das Vorläufige natürlich erst einmal zu beleuchten. Schauen wir uns doch mal die Lampen an. Also das ist das Sortiment, was ich bestellt habe. Noch ein bisschen mehr. Das habe ich aber hinten schon beim Dings liegen. Das ist jetzt aber erst einmal nicht tragisch. Aber ihr seht, ich habe sogar hier Lichtschwerter, die beleuchtet sind. Die wollte ich mal ausprobieren. Habe ich halt im Blau, Rot und Grün. Rotes, Blaues und Grünes. Das sind übrigens original Lego-Teile, die hier verwendet werden. Kann man schön hier dran sehen. Da steht es, Lego. Sie arbeiten also mit der Firma Lego zusammen. Oder beziehungsweise beziehen ihre Teile von Lego. Diese Dinger hier sind zumindest ganz cool, denn die sind schön für modulare Gebäude. Oder eben in dem Moment, wo man halt, ja ich sag mal, zwei trennbare Modelle voneinander, die zusammengehören, aber voneinander trennbar sind. Beide mit Strom beleuchtet. Dafür sind immer diese hier da. Das heißt, ich kann den einmal auf der einen Seite verbauen und den auf der anderen Seite. Und wenn ich das Ganze dann zusammensetze, ist der Kontakt da und der Strom kann fließen. Das sind natürlich schon mal ganz coole Sachen. Die habe ich auch schon mal ausprobiert. Und dann haben wir hier Verlängerungskabel in verschiedenen Längen. Immer vier Stück drin. 30 cm haben die jetzt hier. Das sind 50 cm Verlängerungskabel. Ja, das sind halt die, die ich für den Tisch brauche. Dann haben wir hier eine Sparkle-Effekt-Board. Das ist das Board, was in den Millennium-Falken für die Beleuchtung der Canopy und der Cockpit-Kanzel verwendet werden soll. Ich hoffe, dass ich damit diesen Effekt hinkriege, den ich eigentlich ganz gerne hätte. Ich habe ja im letzten Video gesagt, dass das nochmal getauscht wird. Das ist dann nur so ein Versuch. Dann haben wir hier normale Zweier-Verbinder, um einfach Kabel zu verlängern. Das ist im Gegensatz zu den hier von Brixmax etwas anders. Denn bei Brixmax kriegt man immer nur ganz viele. Also Sechser und Achter und ich glaube Zwölfer. Und ja, hier gibt es auch mal die Zweier. Man kann diese hier allerdings auch, diese Reihe, mit einer Schere durchschneiden und sich da auch ein Zweier von abschneiden. Das geht übrigens auch. Das habe ich schon probiert. Das funktioniert. Damit macht man die nicht kaputt. Es sei denn, ja, man bricht hier dann die Buchse ab. Ja, das ist dann einmal halt diese Variante. Nur mit Zweier. Die habe ich halt nochmal so mitbestellt. Und dann haben wir hier nochmal, achso, das war jetzt die, achso, Sparkle, die Sparkle-Platine hatten wir. So, dann haben wir hier den Dimmer, der auch fürs Flugzeug da sein soll, um eben, ja, die Lampen zu dimmen. Ja, auch in der Cockpit-Bereich. Und dann haben wir hier nochmal ein paar, ja, Cool-White-Bieren. Da habe ich ganz viele von. Die habe ich nur eben schon raussortiert. Die liegen halt da hinten. Das ist nicht das einzige Pack, weil man braucht einige. Das ist also meine Unterbodenbeleuchtung, Ach, Unterbodenbeleuchtung, meine Landebeleuchtung. Ja, und hier ist nochmal ein Verbinder. Also das ist so das. Achso, und die Effekt-Platine für den Mock, die habe ich eben schon da hinten mal einmal kurz verbaut, weil ich was ausprobieren wollte. Ich war wieder zu neugierig, die zeige ich euch dann im Nachhinein vielleicht nochmal. Ich verlinke euch aber auch die Seite hierzu, zu diesen Komponenten. Und, ja, damit ihr dementsprechend auch alles findet, was ich in dem Mock verbaut habe. Ja, dann gucken wir uns doch mal einmal gerade an. Wir nehmen uns also hier die Akkubox von ModeKing. Das ist eine, die habe ich über von einem Modular. Das ist so meine Box, wo ich immer mit ausprobiere. Dann können wir jetzt einmal hier die Platine von BricsMax nehmen. Also ihr seht, das ist eine BricsMax Platine. So, dann kommen die Stecker. Das ist also die Stromversorgung. Die kommt jetzt hier rein. Dann müssen wir mal gucken, in welche Richtung. So. Zack. Man muss dann ein bisschen vorsichtig sein, dass man die Kabel nicht rausreißt. Das ist mir auch schon mal passiert. Dann muss man halt wirklich, ja, am besten mit einer Pinzette arbeiten oder wie auch immer. So, dann nehmen wir hier einmal eine BricsMax Lampe, damit ihr auch seht, dass das wirklich funktioniert. Jetzt habe ich hier einen Knoten reingemacht. Klassiker. Ein Klassiker. So. Der kommt hier rein. Und dann brauchen wir mal, wo habe ich sie denn da, eine von diesen Lampen hier aus dem Hause Light My Brick. Fummel ich jetzt mal nicht raus hier. Die lasse ich mal so zusammen. Aber ich nehme einfach einen Stecker. Dann stecken wir den daneben. So. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Lampe, die leuchten muss und die müsste leuchten. Batterien haben wir hoffentlich drin. Jawohl. Und dann machen wir das Ganze mal an. Und siehe da, es geht. Also ihr seht es. Moldking Akkubox. Platine von BricsMax. Lampe. Beziehungsweise LED von BricsMax und die LED von Light My Bricks. Es ist also dasselbe System. Wir können mit beiden das kombinieren. Alles gut. Funktioniert. Sehr schön. Ja, das heißt für alle die, die Probleme haben und bisher noch nicht so wirklich wussten, wo kriege ich die ganzen Sachen her? Wo kann ich meine Sachen einzeln bestellen? Und nicht immer als Sets. Das könnt ihr bei dieser Seite. Wie gesagt, ich verlinke alles unter der Video oder in der Videobeschreibung. Da könnt ihr reingucken. Da gebe ich euch die ganzen Links zu dem, was ich bestellt habe. Für das Landelicht und so weiter und so fort. Die Effekte. Ja. Und somit könnt ihr dann, wenn ihr damit auch Bock habt, mit dem System mal was zu probieren, ja weitermachen. Achso, wollen wir uns noch so ein Lichtschwert angucken? Machen wir es gerade hier nochmal dran. Schauen wir uns das doch nochmal schnell an. Hier so ein Lichtschwert würde mich jetzt auch mal interessieren. Ja, man hat da natürlich klar an der Figur ein Kabel, was man irgendwie... Jetzt kriege ich den Stecker hier rein. Oh ja, so ein Klassiker. Ach, die liegt auch da dran, weil ich ihn schon wieder kaputt habe hier. So. Zack. Hier machen wir mal hier so ein Lichtschwert. Genau, echt schwer auf diese Tüten hier. Ich muss mal wirklich sagen. So, ja, das ist jetzt einmal hier das Lichtschwert. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das auch original Lego-Teile sein werden. Ist aber auch nicht billig, so ein Lichtschwert. Ein so ein Lichtschwert kostet, glaube ich, 7 Euro, meine ich, habe ich bezahlt. Und so sieht es dann, sieht es dann aus. Eigentlich ganz cool. Wenn es jetzt dunkel ist, denke ich, ist das ein netter Effekt. Das Kabel ist schön, dass es dunkel gehalten ist, kann man dann gut vielleicht irgendwie ein bisschen fixieren am Arm, dass man es nicht so sieht. An der Figur vielleicht runterziehen und dann unten am Fußsockel irgendwie einklemmen, vielleicht mit der Figur auf einer Noppe oder so. Also, ja, schauen wir mal. Ich zeige euch das aber, wenn ich mal meine Idee habe, wie ich das an so einer Figur verlege, dieses Kabel, damit das Schwert dann leuchtet. Das wird auch alles benötigt für den Mock von der Docking Bay. Okay, also ihr werdet jetzt alles sehen. Ich werde es euch alles zeigen. Ja, das Ganze starten wir jetzt und jetzt switchen wir rüber zur Docking Bay. Viel Spaß. Ja, machen wir mal wieder eine wirre Handcam. Ja, so sieht es aus. Ich habe jetzt hier oben also alle Birnen bzw. LED-Lämpchen, Mikro-Lämpchen hier in die Steinchen hier gepackt, durch den Tisch gebohrt, wie schon bekannt und ja, alles verdrahtet. Und damit ihr jetzt mal einmal seht, wie das hier unten drunter aussieht, dürft ihr mal einmal unter meinen Tisch gucken. Ja, im Moment sieht es noch ein bisschen sehr wirr aus mit der Verdrahtung hier. Okay, das wird natürlich alles noch ein bisschen unter der Tischplatte hier fixiert. Aber ihr seht es halt, dass ich immer hier aus den Löchern rauskomme, dass dann dementsprechend alles verbunden habe. Da hinten hängt die Fernbedienungsplatine. Das ist eine für die roten blinkenden Dampen. Und da hinten, da hängt jetzt die Platine für die Beleuchtung der Landelichter. So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich denn hier meine Fernbedienung habe. So, die habe ich hier. Und dann würde ich sagen, schalten wir doch mal an. So, und wir sehen, es funktioniert. Ja, so sieht das Ganze aus. Ganz cool. Wir haben also hier jetzt überall dieses immer von der Einflugschneise nach hier hinten wandernde Licht. Ja, schon ziemlich, ziemlich cool. Das gefällt mir sehr gut. Und hinten nach wie vor normales Blinken. Und da oben auch nochmal. Ja, coole Sache. So sieht das Ganze aus. Ja, jetzt geht es da drum. Und zwar will ich jetzt eine Verbindung zwischen dem Falken und der Elektronik hier in dem Tisch haben. Das heißt, ich muss nochmal einmal bohren. Dazu muss ich über den Falken runter machen. Und ich will also die Stromversorgung hier an so einer Landekufe mit diesen eben schon einmal im Anfang gezeigten. Ich hole sie mal gerade einmal so hier mit diesen Plates versuchen. Das heißt, die eine Plate kommt hier in die Fliese reingebaut, die andere unter den Fuß. Da will ich hier hinten das Stück nehmen, da wo die Plate drunter sitzt. Die Halbrunde. Und der Fokus flippt gerade aus durch das Blinklicht. Naja, und dann kann ich den halt einmal da drauf stellen. Und ja, dann habe ich die Stromverbindung. Und wenn ich ihn mal runternehmen muss, brauche ich nicht ein Kabel abmachen. Und habe dann halt meinen Strom auch, wie gesagt, von unterhalb des Tisches hier. Okay, ja, so würde ich sagen, ist doch das erstmal das Nächste, was wir machen. Ich habe jetzt hier den Fuß rausgenommen und zwar den auf der Seite, wo die Canopy ist. Denn da habe ich meine ganze Hauptverdrahtung. Und ja, ihr seht, da geht jetzt das Kabel oben hier mit durch. Ja, da ist es nochmal verbunden. Und da sitzt jetzt dieser Kontakt drin, dass wenn ich den auf die Plattform stelle, ja, dann der Strom in den Millennium Falken einfließen kann. So, dann habe ich mir hier an der, bevor ich ihn, also ich habe ihn erst positioniert. Er stand ja vorhin drauf. Dann habe ich mir die Stelle hier gemerkt, ja, wo die Kufe steht und ungefähr wo die Platte reinkommt. Das heißt, das ist jetzt diese Stelle. Das heißt, ich muss jetzt hier an der Stelle, den jetzt gleich, die kann man dann dementsprechend hier auch, wie ihr seht, aufnoppen. Und ich bohre jetzt hier nochmal einmal ein Loch durch, dass ich das Kabel nach unten ziehen kann. Dann wird das wieder verfließt. Und dann steht da nachher, ja, der Millennium Falken drauf und kriegt hoffentlich seinen Strom. So, Plate habe ich eingesetzt. Da sitzt sie. Ich kriege nur, ja, hier keinen Zweier im Moment richtig rein. Ich glaube, das ist durch diese Kontaktfolie, ihr seht, der passt da nicht mehr rein, ist der Stein, der guckt dann so ein Stück raus. Das liegt wahrscheinlich dann auch an dem Kabel, was da drunter ist. Deswegen lasse ich den jetzt erstmal weg, um, ähm, jetzt kriege ich ihn nicht mal raus, um halt zu gucken. Vielleicht sieht man dieses Loch dann ja auch gar nicht, weil ich diesen Stein, diesen Kontakt jetzt hier nicht strapazieren möchte, ohne, äh, unnötig strapazieren möchte. Deswegen lasse ich das mal jetzt einmal offen, gucke, wie es aussieht, wenn ich den Fuß dann da drauf stelle. Dann dürfte das eigentlich auch gar nicht mehr zu sehen sein. Von daher, alles halb so wild. Also, ich stelle den jetzt mal drauf und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Ja, ich habe alles fertig. Das funktioniert. Er steht. Das Licht geht auch. Also, die Übertragung ist da. Allerdings habe ich den, ähm, ja, den Dimmer, den ich für den Falken, für die Canopy hier vorne gedacht habe, den habe ich jetzt nicht da reingebaut. Das habe ich schon wieder geändert. Der sitzt jetzt auch in einem kompletten Mock. Das heißt, ich kann alle Lampen runterdämmen, denn die sind doch sehr grell. Jetzt habe ich allerdings das Problem, umso tiefer ich den stelle, umso weniger Strom kommt in den ganzen Lampen an. Logischerweise, aber irgendwo ist es dann auch zu viel. Und zwar kann ich ja mit dieser Fernbedienung sagen, ich will das Ganze jetzt anschalten. Dann drücke ich hier auf On oder einzelne Kreise anschalten. Ich habe ja verschiedene Kreise. Ich habe auf A, glaube ich, die Rückwand. Auf B habe ich die Landebahnlichter. Auf C ist, glaube ich, hier vorne in dem Gebäude das Licht. Und auf B, äh, auf D hier unten ist der Falken. Aber wenn ich jetzt hier auf On drücke, um alles anzumachen, ihr seht da oben und da unten die Lichter. Aber es ist zu wenig Strom, um das Ganze jetzt, äh, ja, anzukriegen. Das heißt, ich drücke jetzt erst einmal A. Dann geht das da hinten an. Dann drücke ich B. Dann gehen die Landelichter an. Ihr seht, wie hell das jetzt alles ist. Und jetzt passt mal auf, wenn ich jetzt das nächste anschalte mit C. Äh, C, so. Es wird jetzt also nach wie vor immer ein bisschen dunkler. Und jetzt machen wir noch den Falken dazu an. So, und ihr seht, wie schlagartig das Ganze dunkel wird. Ähm, ja. Ich glaube, das muss ich noch mal ein bisschen stromtechnisch aufteilen. Ich glaube, ich brauche noch mal einen zweiten Dimmer. Und, ja, muss die Stromkreise dann vielleicht noch mal so ein bisschen aufteilen. Und dann auch vielleicht nur den Falken und wirklich nur die Docking Bay. Ähm, weil so von der Lichtqualität her, Ähm, finde ich es jetzt passend. Und wir sehen jetzt, wie die Landelichter hier durchlaufen. Ähm, es sind immer vier Lichter. Und dann noch mal drei Lichter. Also, das heißt, wenn das erste da hinten angeht, geht auch das erste an. Und mit dem zweiten geht hier das zweite an. Das ist so getrennt. Das hat aber was mit der Platine zu tun. Ähm, die hat nur für diesen Rhythmus, dieses Laufen, vier Steckplätze. Und dann hat die noch mal vier Steckplätze weiter. Das heißt, es ist halt so ein bisschen unterteilt. Ich hätte gern gehabt, dass es wirklich einmal so komplett durchrattert. Und bevor das da hinten wieder angeht. Aber, ja, ist im Moment noch nicht so. Vielleicht habe ich da irgendwann noch mal eine andere Lösung für. Mal gucken. Aber auf jeden Fall gefällt mir das natürlich an der Stelle bis hierhin schon mal sehr, sehr gut. Ich habe auch hier vorne statisches Licht reingemacht. Es wird also nicht mehr mit irgendwelchen Effekten gearbeitet. Das auch mit der anderen Platine hat mir das nicht gefallen. Ähm, Punkt. So, ganz einfach. Das bleibt jetzt erstmal so. Ja, so sieht das Ganze jetzt momentan halt aus. Ich werde euch jetzt nochmal einmal ein bisschen in eine andere Position stellen. Also nicht erschrecken, dass es jetzt ein wenig wackelt. Und damit ihr mal seht, wie das Ganze so ein bisschen in einer anderen Perspektive aussieht. Wir haben also hier die Einstiegsbeleuchtung da auch. Nach wie vor strahlt noch ein bisschen Licht aus den Kufen. Ja, und so sieht es dann jetzt halt momentan aus. Ich würde auch sagen, auch mit diesem Video ist es das jetzt erstmal gewesen. Ähm, wir werden aber weitermachen. Denn, ähm, in dem nächsten Video werden wir uns, wenn alles soweit klappt, einmal hier um den Stoff bemühen. Das wird also anders. Da habe ich jetzt eine Idee. Ich habe auch schon Sachen dafür. Ähm, ich muss nur noch gucken, wie ich es umsetze. Ich weiß zwar, was ich mache, aber ich weiß noch nicht, wie ich es umsetze. Wir werden dort aber auch an der Stelle mit Farbe arbeiten. So viel kann ich schon mal vorwegnehmen. Ja, und dann werden wir uns in den weiteren Videos halt um, ja, dieses Gebäude hier kümmern, was ich schon so ein bisschen angefangen habe. So sieht es bisher aus. Ähm, damit geht es dann, ja, ich denke, in den nächsten Teilen zur Docking Bay weiter. Aber, ja, ähm, bevor das weitergeht, wird es auch jetzt erstmal wieder noch ein paar andere Videos geben. Ich habe wieder eine frische Lieferung reinbekommen von Joy. Und, ja, würde ich sagen, das sehen wir uns dann im nächsten Video an. Und ich, ja, hoffe, dieses Video hat euch erstmal wieder gefallen. Dann gebt mir bitte einen Daumen hoch. Wenn ihr weiterhin dabei sein möchtet, wie ich hier die Docking Bay, ja, zum Leben erwecke, dann, ja, könnt ihr natürlich auch meinen Kanal abonnieren. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, auch hier ist alles nur geklemmt. Also, macht's gut, bis dann. Ciao. 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 Ciao.